Hallo zusammen, ich stehe hier gerade an der Straße, die direkt am Gelände des Atomkraftwerks Vessenheim in Frankreich liegt. Das Gelände wird durch Stacheldraht abgeriegelt und hier ist vorhin sogar ein Kontrollwagen vorbeigefahren. Wir fahren, glaube ich, rund ums Gelände die ganze Zeit. Und dahinter ist das Atomkraftwerk Vessenheim mit seinen zwei Druckwasserreaktoren, die 2010 eine Leistung von 12.000 Gigawattstunden erzeugt haben. Und seit der Inbetriebnahme in den 70er Jahren wurde insgesamt 350.000 Gigawattstunden erzeugt oder 350 Terawattstunden. Das ist eine Menge Strom. Und ich habe auch gelesen, dass Greenpeace versucht hat oder hat es auch geschafft, über den Stracheldrahtzaun drüber zu klettern. Die haben da einen LKW aufgestellt und sind drüber und sind irgendwo auf ein Gebäude geklettert und wollten damit demonstrieren, die Sicherheit der Anlage. Es gab auch schon sehr viele Proteste und Demonstrationen. Zuletzt am Neuenburg am Rhein gab es über 10.000 Menschen, die sich für die Schließung des Kernkraftwerks ausgesprochen haben. Es gibt auch schon sehr viele Gemeinden und Städte, die gemeinsame Resolationen verabschiedet haben für die Schließung des Kernkraftwerks. Und der französische Präsident Hollande hat zugesagt, bis Ende 2016 soll das Kernkraftwerk abgeschaltet werden. Aber ob das dazu kommt, mal schauen. Es gab auch schon seit 2009 mehrere Störfälle. Und die Störfälle bzw. Störungen, die werden nach INES klassifiziert. Es gibt 0 bis 6. 0 ist ein abweichender Ablauf. Und 1 bis 3 ist ein Störfall. Der kann auch ernst sein. Und 4 bis 6 ist ein Unfall. Dazu zählen zum Beispiel auch so INES 6 oder 7, was in Tschernobyl passiert ist oder in Fukushima. Ich werde jetzt ein Stückchen vorfahren und dann können wir zusammen gucken, ob wir das Kernkraftwerk sehen werden. Ja. Das ist nicht so einfach mit dem Fahrrad hier. Also los geht's. Das ist nicht so einfach mit dem Fahrrad hier. Jetzt ist es halt ein Stückchen. Wie geht's? Es ist ein Stückchen. Jetzt ist es nicht so einfach läuft. Es ist schwierig. Ich sage das nicht. Und ich habe das nicht so einfach. Das war's für heute. das ist ein riesiges gelände hier und abgesperrt wie es aussieht da kann ich jetzt nicht mehr hinfahren nur an der straße entlang hier ist aber ein fahrradweg ich glaube ich fahre mal an der straße entlang jetzt fahre ich an der straße entlang neben dem atomkraftwerk fessenheim vorbei es ist quasi nur paar meter entfernt das ist die landstraße ja vielleicht werde ich aufgehalten mal sehen die sicherheitsvorkehrungen sind ja schon stark denke ich mal und der atomkraftwerk ist auf der linken seite ja es ist ziemlich windig es ist ziemlich windig ich weiß gar nicht ob man mich überhaupt versteht ja ja da kann man schon sehen die ganzen anlagen auf der rechten seite zur umwandlung des stroms das ist eine Lastabnahme ja und hier auf der linken seite da sind die zwei Reaktoren da ist Tritium drin und Deuterium soweit ich weiß also superschweres Wasser superschwerer Wasserkraftstoff welcher auch welcher auch noch nach Jahren strahlt also Tritium hat eine Halbwertszeit von zwölf Jahren ich sehe hier auch schon Kameras ha 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 hui kann man aber sehen ich weiß nicht das ist die die hier 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 das hier 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 Oh, ich höre den Strom, die Leitungen, die summen so ein bisschen. Ui, hier gibt es einen Fahrradweg. Ja, das ist das Atomkraftwerk Vessenheim, welches 2016 geschlossen werden soll. Ich habe es mir exotischer vorgestellt. Und scheint nicht so exotisch zu sein, wie ich es mir gedacht habe. Ui, ja. Also da gibt es Tritium-Brennstäbe. Ja, ja. Sehr radioaktiv. Ich habe mal nachgeguckt. Und die lassen, die dürfen, glaube ich, 72 Tera bequerel jedes Jahr in die Luft ablassen. Von Tritium. Und ein bequerel ist quasi die mittlere Atomzahl, die pro Sekunde zerfällt. Und Tera bequerel ist quasi, ähm, ja, ne, Milliardenfach. Äh, Giga heißt Milliardenfach, äh, Mega-Millionen, Giga-Milliarden, Tera ist Billionen sogar, also Billionenfach pro Sekunde zerfällt. äh, äh, die Aktivität, äh, also das ist die Aktivität pro Sekunde, die dann zerfällt. Und die dürfen, äh, 72 Tera bequerel dürfen sie in die Luft, äh, jedes Jahr, äh, rauslassen. Und sogar in den Rhein, also es wird ja auch vom Rhein gekühlt, vom, vom Wasser. Und in den Rhein dürfen die, äh, irgendwas, hm, ich weiß es nicht. Ich habe vergessen. Ich glaube 20 Tera bequerel oder sowas dürfen die, äh, in den Rhein, äh, abblasen. Und ich habe auch gelesen, dass das, äh, im Hochsommer 2003, wo der, wo der heißeste Sommer seit Aufzeichnungen war, äh, hat, hat das Wasser im Becken fast 50 Grad erreicht, also 48 irgendwas. Bei 50 wäre es schon die Abschaltung, soweit ich weiß. Und, ähm, ähm, die mussten das, das Kraftwerk, ich glaube dieses, dieses Gebäude hier, ja, ja, mussten sie per Wasser, äh, also per Wasserstrahler, haben sie quasi Wasser aufs Gebäude irgendwie, ähm, gelassen. Und quasi abgekühlt, weil es so heiß wurde. Da ist quasi dieses Kontrollfahrzeug von der französischen Germardier oder so, ich kann es nicht aussprechen. Ja, und da ist quasi der, der Parkplatz für den ganzen Mitarbeitern des Kernkraftwerks Vessenheim. Ich weiß keine, sind in dem Gebäude hier zwei Reaktoren drin? Kann mir das einer, ähm, in den Kommentaren schreiben? Ich weiß es nicht. Okay. Also, ich fahre jetzt weiter. Nach Deutschland. Tschüss. 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 Tschüss.